Einen Tag nach seinem plötzlichen Verschwinden in Kiew ist der belarussische Aktivist Vitaly Shishov tot aufgefunden worden. Shishov sei erhängt in einem Park in der Nähe seiner Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Sie nahm Mordermittlungen auf. Der 26-jährige Shishov hatte von Kiew aus die Organisation Belarusisches Haus der Ukraine geführt, die belarussische Flüchtlinge unterstützt. Shishovs Organisation sprach von einer so wörtlich geplanten Operation der belarussischen Führung zur Eliminierung eines Regierungskritikers. Viele Belarusen fliehen angesichts der Repression aus ihrem Heimatland.